ja hallo und willkommen zurück zu nightmares from the deep the cursed heart ja wir sind das letzte mal hier stehen geblieben haben ein porträt eingesetzt und wir haben vorher eine ölkanne erhalten die wir natürlich brauchen können werden wir natürlich gleich einsetzen so die können wir hier brauchen genau was jetzt noch immer passiert cool wir sind jetzt schiffracks leuchtturm schiffracks leuchtturm beschädigte statue na schön gut dann würde ich sagen wir gehen mal zum leuchtturm hier da ist ja einer und er ist schon wieder weg verschlossen da war ja klar was ist das eine kleine wurzel hier da gehen wir zu den schiffsracks schauen wir mal was wir hier finden es ist zu weit weg ein stein ja da können wir den leuchtturm aufsperren ok dann gehen wir zum leuchtturm und sperren wir den leuchtturm auf gehen wir in den leuchtturm rein wo was gibt es hier tolles ok gut das brauchen wir auf alle fälle das brauchen wir glaube ich auch genau ich kann es ja zusammensetzen oder ich kann es nicht zusammensetzen ne gut so ein weißer würfel ein spinnen netz so ok warten wir noch so spinnen netz so so das rollenflasche hätten wir auch können korkenzieher was ist das ich benötige einen korken das sogar was ist das edelstein edelsteinbeutel ok seemons da hätten wir auch der spiegel ist nicht vollständig ah ok einmal zweimal da ist auch noch einer so das hätten wir auch so wo ist der korken da ist der korken so das putztuch hätten wir auch die karte die karte die karte das ist ein klas das gehört zum spiegel das gehört auch zum spiegel und eins fehlt das ist dir da so den spiegel hätten wir auch das fass hätten wir auch das fass hätten wir auch Leute ich sehe kein spinnen netz ich sehe kein spinnen netz da ist der spinnen netz da ist der spinnen netz eine kurbel 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 und eine karte die karte habe ich hier und die kurbel ach mein gott welchen schrott die alle hier gesammelt haben da ist die kurbel und was haben wir erhalten einen kurbelgriff schön ich kann das gefäß mit öl füllen na dann machen wir das doch glatt okay das hatten wir schon okay hier haben wir dann glaube ich nichts mehr so beim Landungsteg bin ich jetzt beim Landungsteg oder nicht oder ich bin bei Landungsteg was kann ich hier nice ich weiß schon was ich mit dem mache was hielt die in den Händen habe ich was nein habe ich ja nicht geht ja geht ja ich mache zwar ich mache zwar ganz manche Sachen gerne kaputt aber so was wollte ich jetzt so ich wollte ja da wollte ich hier und wir haben jetzt eine Zange so dann können wir da rauf da rein hier können wir auch das Rad hinsetzen sehr gut und das können wir auch rein so ich muss die Zahnräder auf die Bolzen setzen so dass der Mechanismus den Mund der Maske öffnet na schön so so Hallo, wie kriege ich euch wieder zurück? Ich habe mich wieder zurückgebracht, aber ich habe mich wieder zurückgebracht. Ah! Schön, sind wir im Balzererl! Er erscheint schon wieder. Hallo! Oh, da erscheinen mehrere. Hallo Leute! Was ist das? Wir haben eine Krieg in der ganzen Piraten. Für die Zeit der Kapitän Remington. Es war ein großartiges Bord für alle Seawolfen in den Karriben. Wir haben unsere Weapons auf den Säpen gegeben. So als die Soldaten der Barren Bannister kamen, wir waren schuldig. Sie haben uns bezweifelt. Männer und Frauen, insofern und schuldig. Aber jetzt Kapitän Remington ist endlich zurück. Rache ist nie etwas Gutes. Die Festivitäten waren zu Beginn, als die Soldaten inrufen. Die Schäden blazten. Die Schäden schlafen auf die Leute. Es war ein Massaker. Die grimmigsten Wettbewerb, die ich jemals hatte. Und die letzte auch. Aber heute Abend... Der Kapitän hat sich mit einer neuen Frau auf seinem Arm. Vielleicht hat er einen Weg gefunden, um die Wettbewerb wieder zurückzukehren. Na dann... Nicht mit meiner Tochter. Die Schäden? Die Schäden? anderen Verundungen mit unserer voodoo Gimmicks können sich wohl sinnvoll ver Inder admitzen. Und wir werden sehen. Die Kundtess und ihn gehen über die Isle wieder. Und auch da? Was ist jetzt... Okay, weg sind sie. Ja, ich habe schon was zum Ausheben. Nicht fest genug. Okay. Der Tritt ist eingestürzt. Okay. Na gut, dann begeben wir uns noch auf die Suche. Okay, Knochen, 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 Knochen. Steinerne Hand. Nein, da müssen wir. Da müssen wir. Dann die Gondel. Und den schauen wir uns an und du kriegst deine Hand zurück. So, jetzt versuchen wir mal die Schifffrax. Hehehe, funkt ja. So, was ist das? Eine Linse, okay. Und das? Eine herausgerissene Seite. Gut. So, wir werden dieses Rätsel, glaube ich, noch lösen. Yeah! Saxonophon, Xylophon, Xylophon. Äh, ne, boah. Entschuldigung, Leute. Boah. Eine Laute. Ein Buch. Hier haben wir einen Krug. Sextant haben wir hier. Was machen wir mit dem? Da. Hm. Lalalala. Lalalala. Okay. Achso. Wir zeichnen einfach einen Smiley. Hihi. So, Stiefel. Stiefelrimmenpill. Wo bist du? Wo bist du, Stiefelrimmenpill? Das ist ein Handschuh. Das ist kein Stiefel. Der Stiefel ist hier. So, der Mantaraucher, den haben wir hier. Die Kokade haben wir auch. Und wo ist das Steuerrad? Da haben wir das Steuerrad. So, hätten wir wieder ein weiteres Steuerrad gefunden. Das ist ja natürlich toll. Toll, toll, toll. Da lässt er mich nicht hin. So, gut. Wie sieht's hier aus? Gibt's hier was Neues? Na klar. Ähm, so. Feuerstein hätten wir einen. Da hätten wir einen zweiten. Hm. Mausefalle. Die ist hier. Die Windrose. Wo ist die Windrose? So, das Lineal. Dann habe ich hier das Nest. So, die Windrose. Genau, die ist da. Den Oberling. Die Flöte. Und wo ist der Ball? Balli, Balli, Balli. Ein Bolzen. Das ist ein Fingerhut. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Bolzen. Das ist ein Krug. Pferdi. Wo ist ein Pferdi? Ah, da ist ein Pferdi. Und der Schlüssel. Ja. Wir haben zwei Feuersteine. Ah, jetzt können wir. Und? Ähm. Okay. Achso, da soll sich ein Muster ergeben. Nein, das kann aber hier, hier überhaupt nicht hinhauen. Das passt. Jetzt passt das auch. Das passt auch. Die passt auch. Ah, zu weit. Zu weit. Zu weit. Zu weit. So müssen wir. Ähm. Sieht irgendwie doof aus, oder? So passt's. Das passt. Das passt. So, das wird auch passen. Nein. 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 Ja. Hm. Ich glaube ich hatte es. Ich hatte es. Ich hatte es. Ja. Nein. 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 Okay. Okay. Hätten wir hier das Muster dann auch vollständig gemacht. Okay. Das geht noch nicht. Jetzt können wir endlich in die Augenhöhle Ja, da haben wir jetzt Licht drinnen Oh mein Gott Ja, aber Ich sehe mal, ich habe schon wieder überzogen Und deswegen sage ich für heute Natürlich dann auch Schluss Gute Nacht Hab noch einen schönen Tag Oder wenn ihr gerade munter geworden seid Guten Morgen Aber ich wünsche euch einen schönen Tag Abend Was auch immer Bis dahin Ciao, euer Jason